Hier ran oder da rüber? Und da drüben blinkt es auch. Seht ihr das? Da so. Das war schon mal... Da lang, würde ich sagen. Da rüber. Hier rüber, glaube ich, direkt wird es nicht klappen. Gott, hier bewegt sich alles. Das kann ja Eiter werden. Ja. Prima. Wo war doch gleich noch der Schatz? So, hatten wir doch hier gerade was gesehen. Ach, da unten. Können wir mal schön im Auge behalten. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ein bisschen Karussell fahren. So und runter, bevor wir uns hier irgendwie einklemmen. Holla, ich denke wir müssen da rauf, was? Aber wie komme ich jetzt an den Schatz ran? Ich will ja noch an den Schatz. So Mist. Okay, jetzt müssen wir hier wohl genau zur richtigen Zeit springen. Also wenn die vielen Ketten kommen. Warte mal, da noch nicht. So, jetzt an der Stelle werden wir loslaufen. Und jetzt. Das war, das hat scheinbar geklappt. Sehr interessante Fortgewählung hier, das muss ich schon mal sagen. Oh, schön übergestiegen. Einemann frei. Und da? Ich traue mich immer so ungern die Taste zu drücken, dass es dann nach unten gehen soll. Ja, Tenzin, in den leichten Weg. Ja, schön. Da ist ein Hebel. Hier komme ich glaube ich noch nicht runter. Also, wir müssen glaube ich da was zum Greifen. Ach hier. Jawohl. 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 So, jetzt kommen wir auf den nächsten Rad. Ah ja, und da ist ein Seil. So, Moment mal, das war kurz ausrichten. Wir müssen sicherlich in die Richtung. Na ja, wie kommen wir denn mal an den Schatz ran da? Fällt der eventuell denn da unter? Ich glaube schon. Wie mehr auf man da drüben mal abschießen. Gut, also wir sind unten. Jetzt bin ich da natürlich gespannt. Kriegen wir den Schatz von hier nochmal? Wo war denn das jetzt gleich? Wo hätte man das vorher machen müssen? Oh ja. Oh ja. Da ist er. Hm, blöd. Wir brauchen hier vielleicht ein bisschen weiter drüben. Was passiert denn hier, was passiert denn hier? Wo ist denn das gewesen? Da, ne? Das ist natürlich jetzt echt blöd. Wo kommen wir jetzt an den Schatz ran? Da schießen wir natürlich völlig daneben. Ja, und wie geht es jetzt hier weiter? Mal gucken, so vielleicht. Ja, das klappt schon mal. Uah, kommt jetzt aber. Hilf mir, mach nicht immer so ein... Wir probieren es von hier nochmal. Ich... Ah, zu doof, zu doof. Das hat man wahrscheinlich vorher machen müssen. Oder kommen wir nachher später nochmal dran vorbei? Ich weiß, ich glaub's war er nicht. Ich will natürlich jetzt auch nicht die ganze Munition verschwenden hier. Na gut, dann ist der uns wahrscheinlich durch die Lappen gegangen. Nehme ich jetzt mal an. Oh, hier ist der Hebel. Äh, endlich. Ärgerlich, Ärgerlich. Oh. Oh, ich seh schon. Da geht's spaßig weiter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Meine Güte. Toll, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Das frag ich mich auch. Ach, ich weiß nicht. Ich will doch eigentlich nochmal gucken, ob wir den Schatz irgendwie doch kriegen. Kriegen wir den? Komm ich hier nochmal irgendwie lang? Wo war denn der noch gleich? Da. Hm. Hm. Können wir offensichtlich nicht runterschießen. Na gut. Wie dem auch sei. Vielleicht machen wir das dann nachher irgendwann mal als Bonus noch hinten ran. Das war die Level, wo uns dann noch Schätze fehlen. Einfach nochmal durchzocken. Auf leicht und die Schätze sammeln, damit wir das auch alle gesehen haben. Mal gucken, wie wir das schaffen. Ich muss da irgendwie rüber. Ja, jetzt musst du erst mal runter. Am besten auf die harte Tour. Klar, du bist doch ein harter Kerl, Nathan. Du kannst das auf die harte Tour machen. Mann, Mann, Mann. Also hier geht's ja ordentlich zur Sache noch. Schöne Kletterpartie. Nicht ganz so weit runter. Hm. 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 Ja, wie? Jetzt weiter? Hallo? Hier? So? Okay. Liegt hier irgendwas? Bevor ich jetzt wieder vorbeihüpfe? Ich gucke. Ich gucke sich das halber. Nein. Sieht nicht so aus. Und nun? Okay. Einmal so. Einmal so. Die Frage, wo muss man hin? Darüber. Also fahren wir erst mal ein Stückchen nach oben mit dem Fahrstuhl. Bis hierher kommen wir nur. Wie mal. Das hat ja gut geklappt. Puh. Da wieder ans Seil ran, oder? Na dann los. Jeppa. Hm. Ich glaube eher, wir müssen hier irgendwie runter, wa? So. So. Einmal übersteigen, bitte. Ja, aber was bewirkt diese ganze Apparatur? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Da bewegt sich zwar ein Haufen Zahnräder und weiß ich was, alle Tiere. Aber wozu dient diese Maschine? Die wird ja nicht nur einfach da sein. Oder doch? Dass die einfach nur da ist? Also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Moment mal. Hier vielleicht? So? Da kommen wir zumindest hoch. Ich glaube, wir müssen denn hier übersteigen mal. Oder nicht? Hallo? Gehen wir mal rüber? Ja, so schön. So, so fällt mir. Dem muss ich glaube ich auch ein bisschen beeilen. Jo. So können wir natürlich auch ein paar Schritte machen. Wow. Scheibenleister. Ich glaube, ich sollte da an die Stange. Also die Idee war glaube ich gar nicht so verkehrt. Aber die Umsetzung, die war natürlich wieder miserabel. Also ich muss sagen, die Kletteraktionen sind hier natürlich schon nicht ganz ohne. Das habe ich ja jetzt eigentlich anders gemacht als vorhin. Eigentlich nischt. Okay. Was jetzt? Ja. Was jetzt? Was ist da? Hey! Tenzin! Oh, was denn jetzt? Ach, aje. Ach, aje. Das ist ja schon wieder nach Springen und Klettern und Hüpfen und... Das soll ja wohl ein Witz sein. Super. Was da, da, da? Ja, wie weiter? Darüber? Oder da? Oder da? Oder da? Ich habe keine Ahnung. Oh, da sieht es gut aus. So, nu? Darüber? Ich probiere es. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Wenn wir den Tänz nicht hatten... Ja, du hast nicht. Ich würd sagen, da bewegt sich was, so ist das, hier ist was Gutes, Gutes hin, na denn, denn los. Oh, ich hör Geräusche, bewegt sich da schon wieder was? Nee. Na, das war ja mal spannend, so das war der Weg da, von da sind wir gekommen und ich hab da schon was gesehen, guck mal da ganz oben, aber da kommen wir doch gar nicht ran. Mit dem Schießen haben wir ja eben schon, ich wollt grad sagen, mit dem Schießen haben wir ja eben schon kein Glück gehabt, aber diesmal hat's geklappt. Wo ist er denn hin? Hallo? Hä? Hä? Wo ist er denn jetzt bitte hingefallen? Hier aufs Vordach? Hallo? Wo ist er denn jetzt hingefallen, der Schatz? Hallo? Der ist doch gerade runtergefallen. Ich hab's doch genau gesehen. Ah, mach keinen Mist, mach keinen Mist. Das ist ja wieder verzwickelt und verzwackelt hier. Hallo? Ich will meinen Schatz haben, ich hab den doch gerade gesehen. Der ist doch hier, da vielleicht? Aber wie komm ich da hin? Komm ich da hin? Und wenn ja, wie? Ah, das ist natürlich jetzt echt bitter. Also hier liegt er nicht? Der müsste ja eigentlich sonst genau in der Mitte liegen. Naja, gut. Ich glaube, mit den Schätzen wären wir wohl hier nicht so ein... Oha! Oha! Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Drake! Hör auf! Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Oha! Der Zinzermani-Stein. Ha! Das Harz. Na nu. Sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Das ist die Irmensäule der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Na, Gott sei mal so. Äh, Nazis. Nazis? Na, konnte ich gar nicht mehr. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mane, Mane. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Na toll. Das geht ja schon wieder gut los. Irgendwas passiert hier. Waffen liegen genügend rum, zumindest. Na, bin ich ja gleich mal. Also ich... Hey, da ist ein Schalter. Was? Wo? Da ist ein Schalter. Ich guck mich aber... Wir müssen raus hier. Ja doch. Lass uns mich doch erst mal schnell umgucken hier. Wer weiß, ob wir danach gleich noch Zeit haben für. Ich glaube, ich sehe was. Aha. Tja. Tja. Die ganze Statue hat sich doch vorhin gedreht. Und da wären wir rangekommen. Wenn wir den da runter gesch... Oder Moment mal. Kommen wir von hier aus vielleicht hoch? Weil der Schatz liegt ja rein theoretisch auf der anderen Seite, wenn er auf dem Sims liegt. Aber hier kommen wir nicht hoch. Ach, blöd, blöd, blöd. Das ist der zweite, den wir offensichtlich gesehen haben und durch den Lappen gegangen ist. Ich meine, wenn man die eh nicht findet, ist das ja die eh eine Sache. Aber so... Natürlich ärgerlich, wenn man weiß, dass sie da sind. Ja, ärgerlich. Ach, du Geiliger. Da kommen die Kira. Und diesmal nicht nur eins. Oh-oh. So, jetzt heißt es, glaube ich, sich irgendwie verteidigen, wahr? Oh, scheiße, 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 nicht, nicht, warum die sagen immer so viel scheiße sagen. Aber die schmeißen mit, irgendwas. Boah, das Feuer. Boah, passt das wieder hier. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Weg, Luca! Hallo? Oha, oha, wo geht es denn da hin? Ja, wir konnten Schäfers Expedition ausfindig machen und konnten den Monstern vorerst entkommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr wollt es auch wissen und schaltet morgen wieder ein zu einer neuen Runde an Schade 2. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020